Mit der Sherpa 2 in 1 Short von Brooks bist du für verschiedene Streckenlängen gewappnet. Die Laufhose kombiniert die eng anliegende Passform einer Tide und die lockerlässige Optik einer Short. Tide und Short bestehen aus einem atmungsaktiven, feuchtigkeitsregulierenden Material. So bleibst du auch bei wärmeren Temperaturen immer cool. Dank der durchdachten Kombinationen werden deine Muskulatur und alle deine Bewegungen unterstützt. Deine Laufutensilien finden in vier verschiedenen Taschen Platz. Auf der Short findest du zwei Kletttaschen und eine Reißausschusstasche. An der Tide findest du eine Einschubtasche. Profitiere auch du von den vielen Features, die dir die Brooks 2 in 1 Sherpa bietet. Du kannst sie hervorragend kombinieren mit den Shirts der Brooks Kollektion, du erhältst sie in einer Runnerspoint-Filiale oder bestell sie direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.